Jeder, der was auf sich hält in der elektronischen Musikszene, ist nicht ganz oben, wenn er nicht eine Veranstaltung in Ibiza hat. Es gab wirklich eine besondere Liebe in Ibiza. Es war eine Válvula von Franquismus. Es war alles frei. Es gab keine Prohibitionen, keine Kontrollen. Es war ein Moment magisch. Wir sind jetzt in die Gay-Zone. Wir gaben alles, was wir können. Wir gaben alles, was wir gaben zu einer Party. Wir haben eine Energie für die Leute, die wir flogen. Der Fall ist eine Stadt, wo sich die Artisten und Owejas Negras auf den verschiedenen Bereichen des Weltkrieges hat. Wir haben in Ibiza einen sehr besonderen Ort.